Was hältst du von Immobilieninvest über Blockchain zum Beispiel Realty? Finde ich ist noch irgendwie ein bisschen zu früh, ich finde das Thema aber super interessant. Auch natürlich das Thema Tokenisierung von Immobilien, dass man auch die Möglichkeit hat, dann quasi so Fraktionsstücke irgendwie zu kaufen. Weil da muss man sich halt einfach nicht immer so einen riesen Rattenschwanz an Kredit ranholen und kann trotzdem Anteile einer Immobilie besitzen. Also durch Tokenisierung könntest du ja beispielsweise 10.000 Euro an irgendeinem Haus in New York besitzen, was hunderte Millionen wert ist oder sowas. Das ist halt schon eine coole Geschichte, weil dementsprechend kannst du dann natürlich auch, wird ja logischerweise auch entweder nur dein Investment steigen oder je nachdem wie man es aussplittet, auch eine Teil Rendite haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel 1% vom Haus habe, mein Nachbar hat 99%, kriegt er 99% der Rendite, ich kriege aber trotzdem 1% des Ertrags. Also wenn die jetzt beispielsweise vermietet wird oder wenn die Wertsteigerung da ist und das finde ich eine super geile Geschichte und da werde ich mich in Zukunft auch mehr mit beschäftigen. Generell mit Immobilien. Ich habe jetzt sowieso nochmal welche in Aussicht, wo ich gegebenenfalls einsteigen möchte, weil ich sage mal so, klar genug Krypto kannst du nie haben, aber es reicht halt auch irgendwann mal. Und All in Krypto will ich auch nicht, ich will da schon mehr diversifizieren. Klar, ich habe auch ein Aktien- und ein Edelmetallportfolio und ich habe auch schon eine Immobilie, die vermietet ist, aber ich will da auch ein bisschen mehr reinmachen oder vor allem, wenn Krypto richtig steil geht und Rendite fährt, will ich auch da Profite ziehen und diese Profite nicht ausschließlich nur wieder in Krypto reinstecken, sondern gegebenenfalls auch in Immobilien stecken. Was hat deiner Meinung nach mehr Potenzial bei der Tokenisierung von Immobilien, QNT oder EGLD? Das hatte ich in dem Video schon mal erwähnt, das wird koexistieren meiner Meinung nach, also ist ja eine unterschiedliche Schiene in dem Sinne und also ich persönlich, mein Favorit ist Quant, also ja, wenn es um meine Meinung geht, meiner Meinung nach ist es Quant, aber ja, da wird viel drauf gehen, also auch Link wird auch in dem Bereich mit abspielen und das ist, ja, die Frage, wer kriegt das größere Stück vom Kuchen in dem Sinne, ne, und tja, mal schauen. Aber auf jeden Fall ein spannender Sektor, also ich persönlich sehe Link und Quant da weit vorne, sind aber auch die Projekte, wo ich mich ganz klar stärker mit beschäftigt habe als EGLD. Von daher muss nicht heißen, dass die nicht sogar besser performen konnten, also das EGLD, was Tokenisierung angeht, vielleicht sogar vorne dabei ist. Mit Cointracking kannst du ganz einfach dein Krypto-Portfolio tracken und deinen Steuerreport machen. Importiere ganz einfach deine Transaktionshistorie von deiner Lieblingsbörse per API-Schnittstelle. Mit dem Link in der Videobeschreibung sparst du noch 10% auf dein Cointracking-Abo. Starte jetzt mit Cointracking.